Hallo, ich zeige dir nun, wie du ein gutes Artikelbild bei dir in WordPress in deinen Artikel bringst. Zunächst schaue ich mich hier in meinem Ordner nach einem guten Artikelbild um. Dann nehme ich jetzt mal als Beispiel dieses Bild hier und öffne es in Irwan View. Das ist ein kostenloses Programm. Download-Link findest du in der YouTube-Filmbeschreibung. Dann gehe ich hier auf Image, Resize, Resample und für ein Artikelbild reicht volle Größe, höchstens 900 Pixel auf der größten Seite. Dann OK und so würde es dann später im Artikel aussehen, wenn du die volle Größe einfügst. Jetzt STRG-S zum Speichern und als Dateityp JPEG auswählen und Qualität reicht, wenn du 80 setzt. Dann vergebe ich noch einen Dateinamen und klicke auf Speichern. Wenn ich jetzt auf meinen Desktop schaue und hier mit Rechtsklick mir die Dateigröße ansehe, liege ich bei knapp 70 KB und das ist für Online-Artikel vollkommen OK und auch von der Qualität her vollkommen OK im Vergleich zum Original. Nun lade ich dieses Bild hier in der WordPress Mediathek hoch, Datei hochladen, Datei auswählen und da habe ich jetzt die Datei Test 2. So und wenn diese Datei hochgeladen ist, vergebe ich als erstes eine Beschriftung und einen Alternativtext, zum Beispiel Test 1, 2, 3. Wenn ich das gemacht habe, speichert WordPress das automatisch und ich schließe wieder meine Mediathek. Nun überlege ich mir, wohin soll dieses Bild. Und dafür klicke ich jetzt in die Absatzzeile, wo das Bild beginnen soll. Und das ist jetzt egal, ob das Bild links oder rechts später eingefügt wird, ab da soll das Bild beginnen. Ich wechsle wieder auf Datei hinzufügen, klicke mein Bild an und jetzt wähle ich die Ausrichtung hier aus. In dem Fall möchte ich bitte rechts haben. Wenn das Bild nicht die volle Größe, also ein neuer Absatz sozusagen, wo nur das Bild angezeigt wird, sein soll, dann einfach hier mittelgroß auswählen und in Beitrag einfügen. Wie du siehst, das Bild ist immer noch zu groß. Daher klicke einmal auf das Bild und dann ist oben hier dieser Button aktiviert. Mit diesem Button kannst du nochmal die Beschreibung ändern oder hier unter Aussehen die Ausmaße ändern. Und da setze ich jetzt mal höchstens 200 Pixel, klicke noch in das andere Fenster rein, damit die Seitenverhältnisse angeglichen werden, klicke auf Aktualisieren und schon ist das Bild kleiner. Da der Rahmen hier noch etwas zu groß ist, klickst du einmal auf Speichern und dann wird der Artikel neu geladen hier im Backend und du siehst, so würde das dann hier aussehen. Und wenn wir auf die Vorschau wechseln, dann sehen wir auch, wie es später im Artikel aussehen würde und so würde dann das Bild hier aussehen.